hallo schön leute herzlich willkommen wieder bei der nächsten folge von youtuber live okay gehen wir nach oben ich glaube mein computer ist kaputt so wir sind ziemlich am pleite und anfang reparatur ich gehe jetzt nach unten wir müssen das für den beiden unsere frau gibt ein bisschen zu viel aus eine kurs belegt kurs belegen zusammenarbeiten zusammenarbeit so ist sie hallo weil sie so reden wir drei vier mal was für xbox scheiße sollte ich verkaufen schnell habe ich noch nicht scheiße solltest du gameplay machen unsere freundschaft muss man ja sie strengen sich an so deine computer ist fertig die nehmen sie spiel was etwas was das unterhaltung ja nein aber du kannst mich zu viel wollte mit dir lieber arbeiten so ich werde das ok willst du diese person nicht weiter ausbauen du bist persönlich sehen so wie sieht so aus so wie kostet die konsolern muss ich schauen kurz schau sie sich mal weg ach du scheiße was hast du schon wieder eingestellt was hast du schon wieder eingekauft so xbox 500 woher soll ich ja 500 dollar ausrollen auch nach biel ab wann ok das ist schon vor ok so dann nehmen wir auch ein spiel auf schon so nehme ich auch ein spiel auf das ist schon ein bisschen scheiße weil ich gehe auf den kumpel und sie sollte eigentlich ab da oben gehen muss ich immer extra nach oben laufen laufen dann machen wir hier genau so mache ich so gameplay aufnehmen ja lassen wir so ähm ne so nächste warte ne nächste runde nehmen wir bald schaffe ich knackig 100 oder was so ähm ne so mache ich oh ach ich sehe oh scheiße das war ordentlich punkte schon wieder eingekauft ähm haben wir ja nicht nehme ich diese 2er ich muss die punkte sparen verrückte nehme ich die zack wunderbar lächeln 4 puh 2 nehme ich egal punkte abzug habe ich gewusst nehme ich die ha 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 toll ne haben wir nicht gut lachen 4 punkte noch eins bitte bitte jawohl so und nehmen wir eine so ich muss es checken ey schaust verpist ich gehen her ein bisschen mich so das 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 unten unten das mache ich so ähm hm so so klingt besser jetzt muss ich mir überlegen mach ich so ne sieht scheiße aus wenn mache ich das das wird besser aber jo so lassen wir so so lassen wir so oder machen so also was machst du dauerne scheiße so machen wir so und ich kann nur eins und da mache ich nach bearbeiten da haben habe ich nicht zufrieden so habe ich gesagt wird besser aber auch plan immer ein ich bin der schuss sozialesburg gehackt wenn du es wieder möchte auf ergebnis auch nicht so tolle du nein will ich nicht ich will schlafen gehen auch trotzdem hochladen schlafen gehen ich brauche ein neues spiel weil der ist lange mir langweilig ich verschlagen es gibt eine gerüche um dass du nur video macht um geld zu verdienen ich denke es ist besser soll ich ignorieren verschweigen ignorieren ha 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 scheiß abonnieren verloren super essen 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 100 kostet ich bin behindert so viel geld verdiene ich auch nicht so nächste video muss ich spiel kaufen es werde knapp diesen monaten knapp mit geld so video spiel eigentlich ein neues spiel weil essen läuft bei mir nicht so den haben schon gibt es ganz so neue auf die ist das spiel ja ist tralala scheiße deswegen brauche ich noch ein spiel nein beenden ich muss nur ein spiel kaufen das ist schon fest das haben wir schon der was wir spielen habe ich bestellt ich glaube habe ich kein ps2 ich bin zurück so aufnahme bist du mir die neue geile spielt so spiel ich gehe nach oben wie geht es dir müssen wir haben heute nach einer party bin ich sicher du brauchst ein bisschen spaß stimmt kommen schon wieder großartige party nicht dass du mitmachen komm wie ich will nach oben genau nach oben gehen wo die abonnenten sind es beärgert so es ist scheiß wieder wahl gewonnen so was ich will neue video machen zum verarschen aufrüsten wie aus aufrüsten zum verarschen video neue video mache ich schon zu wort zack 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 juhu nämlich neue spiel ich mache neue spiele nämlich einfach simpel fertig total große gedanken wir haben knapp hunderter zack so eine logische so eine äckere 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 aggressive genau wunderbar nochmal aggressiv haben wir nicht scheiße ähhhhh du 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 du… ich nehme verrückter ru zu läuft ein ne l ja sieht gut aus skript musste hin langsam ehược aggressiv oli gump ja ein bisschen aggressiv ist gut GOOO so jetzt machen wir so das war schon richtig blödsinn man aber kein abzug geil nehm ich die die dann mache ich das überlegen ich werde ich glaube ich mache jetzt so dann nehme ich das dann ding 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 du rettig sollte ich das hier so machen das gleiche kommt na ja ja scheiß ich hasse es kommen lassen wir so was fehlt mir hier aber ist es kript und dann tonenqualität dann nehme ich noch mal das wunderbar passt und wenn das wir 60 nicht schlecht und hochladen hast du nichts zu tun aufrüsten kommt ich gehe schlafen komm wieso arbeitet die net ich verstehe es nicht mhm essen so und ich werde noch was essen guck doch noch mal warte so feuern und sie macht gar nicht sie tanzt ganze zeit ey ich feuer sie geht mir so auf die zeiger es kann nicht sein dass ich raus in meinen fucking arsch dass wir mit dessen wohnung ich glaube ich feuer sie wirklich weil allein mache ich mehr umsatz als mit dir sie macht gar nichts weil sie tut toll wo war die mit den dings wohnungs habe ich verpasst ich glaube feuer sie macht gar nichts aber sie ist kein les player denn deswegen so jetzt habe ich sie gefeuert muss ein bisschen geld das ist kein geld das ist kein geld das ist kein geld das ist kein geld nächstes video du musst ein neues was schon kackes video so und und nämlich tor 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 super geil so so und jetzt das abgezogen abzug war nicht ja ja will ich aber ohne mehr schmuck so ich muss sein weil ich habe nie so viele abonnenten das problem ich muss suchen ein bisschen gamer ich muss suchen ein bisschen gamer nehmen sie das kassel nö fuck an gestern so 7 lachen scheiße es gibt nicht es gibt eine wirklich net wie das so weiter ich bin schon klar mal umfördern und so yeah oben irgendwas muss oben sein das ist haben wir oben gut das wird nicht schlecht auch und jetzt doppelt da haben wir doppelt und oh sehr schön perfekt so jetzt mache ich das rein und dann wieder das kommt das rein zack auch ziemlich gute video und hochladen nein ich werde fuck was ist das aha youtuber 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 ich werde anfänger let's player der ist ach der ist level 20 der wird mich schaufen der ist 1000 es ist nicht bache ich muss jemanden kennenlernen ich arbeiten wie sie arbeiten aus ja so wie eben vorher aber dein zu hause umziehen und so viel geld verdienen auch nicht um nicht so ich gehe es sieht gut aus ich muss jemanden des player welches klein und man kann man 11 und essen wir so prominente von 情ern und aber 50 der werde mich teuer kosten die du brauchst du besser verbindung wir sind bekannten ok brand sind so tolle freunde gewonnen die ist schon schlecht wir ich bin für die style einladen chat ja meine frau ist zuhause ich sollte mir jetzt läuft aha patricia chatten ich weiß nicht ganz genau brand ist schon zu stark der level 18 bis 18 ich werde gerne einstellen aber keiner ist ich würde gehen und jetzt player aber ja die sind so toll und begeistert versuchen ein mann weil vorher war eine frau ein guter mann vorsieht wie ein let's player so brandon es ist nein brennt da sage ich nein sofort patrice überlegen bei patrice weil die es schon okay kommen kann ich mir nicht schreiben wir sind keine freunde deswegen auch scheiß da muss er auf partie er liebt dann hatte ich vorher patrice ein junger will ich auch mit dem kann ich mit dem nicht valentine genau chitten wird er geht nach oben aber wieso so wir schwitzen schwitze schwitze valentine ah scheiß so was die valentine valentine doch kann ich hier chatten aber wenn sie nehmen wir auch das valentine valentine aber mit ihr hält sie stieg sauer auf mich weil ich habe sie gefeuert ja brand ist die valentine 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 augustin augustin genau nehmen nehmen wir den da augustin gibt es keine schade es gibt keine suche muss ich so jede einzelne so augustin 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 da chatten oh lol wächst wie sau so schnell schaffen 100 schaffe ich 100 ich hab äpfchen gekauft so nächste video bitte 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 der get down scheiße muss ich jetzt kaufen neue beenden einkaufen gehen auch wenn ich nicht will muss ich jetzt einkaufen gehen so auf pc genau er kommt gleich den spiel wir haben 100 geschafft wir haben 100 so 100k nicht schlecht und jetzt spiel auswählen genau natürlich sehr schön neue spiel mal sind wie er will kommt man wie er will youtuber ok 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 youtube ranking let's player netzwerk maximal 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 ich bin überhaupt kein netzwerk netzwerk beitreten gewinnt 2 euro monatliche ziel 10.000 was ist das 70 schutz vor der netzwerk beitreten gewinnt 1.000 aufrufen ok amir so viel die ist schon gut aber wieso kann ich beitreten gewinnt die ist so gut wie gar nichts aber ich würde gerne hier oder den maximal beitreten aber kann ich nicht irgendwie so meine videos sind keine schlappern gott sei dank wächst jungs ok so wie viel so leider ich würde sagen dass sie so ein bisschen zu lange habe ich schon mitgemacht aufgenommen was ist dein netzwerk du musst mindestens eine luxuswohnbesitzung zu ach du kacke luxuswohnbesitzung ok so stand so leute ich werde sagen wir haben ja schon wieder verloren das wars und wir sehen uns in dem nächsten video tschüssi so